Hallo, in diesem Video wollen wir euch das elektrische Zünden von Feuerwerken näher vorstellen. Was wir dazu benötigen, wie es funktioniert und worauf wir achten müssen. Doch warum generell wollen wir Feuerwerke elektrisch zünden? Allen voran steht hier natürlich die Sicherheit. Bereits zum Zeitpunkt der Zündung des bürotechnischen Effekts befinden wir uns außerhalb des Gefahrenbereichs und müssen nicht erst mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz den Effekt zünden. Als zweiter Punkt ist natürlich das Ganze viel bequemer. elektrisch. Wir können bereits tagsüber mehrere Effekte vorbereiten und diese bequem am Abend fernzünden. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass man mehrere Effekte nebeneinander positionieren kann, auch Meter entfernt, und diese gleichzeitig zünden kann. Das wäre natürlich mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz nicht möglich. Für den fortgeschrittenen Bürotechniker bietet die elektrische Zündung weitest den Vorteil, dass man ein Feuerwerk mit Musik gleichzeitig steuern kann. Doch was benötigt man generell, um einen Feuerwerk elektrisch zünden zu können? Drei Dinge, eine Zündmaschine bestehend aus Sender und Empfänger sowie einen elektrischen Zünder. Hier haben wir den Sender eines günstigen Einsteigermodells der Alpha Fire Zündanlage, eine Fernbedienung mit zwölf Zündpunkten oder auch genannt Cues. Hier haben wir die dazugehörigen Empfänger, hier ein Modell mit einem Zündpunkt und hier ein Modell mit zwölf Zündpunkten. Was die Unterschiede sind und vor allem auch die Vorteile erklären wir euch in einem nächsten Video. Hier haben wir ein Modell für den fortgeschrittenen Pyrotechniker, eine Cobra Zündanlage. Es können komplette Feuerwerkshows mit Zündzeitpunkten der Effekte vorprogrammiert werden, der Sender kann mehrere Empfänger steuern, sowie mit der Audiobox kann man auch die Musik ansteuern. Dann benötigt man noch einen elektrischen Zünder. Im Gegensatz zu den Zündanlagen sind diese E-Zünder Einwegprodukte. Hier haben wir eine Zündpille. Diese ist ein pyrotechnischer Gegenstand und zündet bei Stromimpuls. Das ist ein Glühdrahtzünder, dies ist kein pyrotechnischer Gegenstand. Hier wird durch den Strom der Draht erhitzt, der wiederum eine Zündschnur entzündet. Der Glühdrahtzünder wird einfach auf die Zündschnur aufgeklemmt. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, das sehen wir uns jetzt an. Wir nehmen einen Glühdrahtzünder und klemmen ihn auf die Zündschnur dieses Vulkans. Das andere Ende kommt an unseren Empfänger. Wenn man nun den Sender betätigt, bekommt der Empfänger einen Impuls. Der Draht des E-Zünders erhitzt sich, die Hitze entzündet die Zündschnur, der Effekt wird gezündet. 3, 2, 1, Zündung! Das war ein grober Überblick über das elektrische Zünden von Feuerwerken. In unserem nächsten Video zeigen wir das Einsteigermodell Alpha Fire und wie man diese bedient. Links seht ihr das Menü und könnt ihr einzelne Episoden auswählen. Abonniert unseren Kanal und bleibt über Neuigkeiten informiert. Habt ihr Anmerkungen oder Vorschläge, welche Themen wir noch in Videos präsentieren können, dann schreibt uns einfach einen Kommentar. Beachtet auch die Infos in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu unserer Website und unserer Facebook-Seite. Vielen Dank und sicheres Feuerwerken!